Ich hatte den Eindruck, dass relativ viel versucht wurde und auch versucht wurde, mit den Studierenden zusammenzumachen. Und dass man vielleicht auch Fehler schneller verziehen hat, die natürlich während eines solchen Prozesses passieren. Abgesehen davon habe ich auch das Gefühl, dass viele Universitäten dazu gezwungen wurden, mal endlich digitaler zu denken. Es fehlt unglaublich, sich mit seinen Kommilitonen auf einer alltäglichen Basis auszutauschen. Relativ lange Sitzzeit vor dem eigenen PC zu Hause, die nicht immer einfache Kontaktaufnahme vielleicht auch zu anderen Kommilitonen einfach immer mal schnell eine Frage hat. Ja, na klar, dass man sicherlich nicht sehen konnte. Aber ich habe schon festgestellt, dass es quasi einen Unterschied gab zwischen dem ersten Online-Semester und dem zweiten. Dass es im zweiten Semester für mich persönlich einfacher war, damit umzugehen. Einfach, weil man das Ganze jetzt schon mal hinter sich hatte mit den Online-Kursen, weil man so ein bisschen wusste, wie man damit umgeht. Also es fällt auf, dass das Soziale fehlt, dass die Lehre fehlt, dass das ganz oft ersetzt wird durch Aufgabenbearbeiten und das ersetzt das Soziale tatsächlich nicht. Was die Praxisanteile angeht, finde ich schon oder auch den Austausch innerhalb einer Vorlesung, die Lehre an sich. Also ob ich jetzt in der Vorlesung sitze und die PowerPoint von dem Dozenten sehe oder ob ich sie mir online anschaue, macht für mich jetzt an sich nicht so den großen Unterschied. Der Arbeitsaufwand für die Studierenden ist hochgegangen, tatsächlich. Die Qualität an sich nicht. Aber das ist hochgegangen und das ist vielleicht eher ein negativer Aspekt. Ich muss mich schon sagen, dass die Lehre darunter leidet, auch einfach, weil man eine geringere Aufnahmekapazität hat. Das war auch, was ich von vielen gehört habe, dass sie sich einfach nicht so gut konzentrieren können, dass sie irgendwie nicht so viel aufnehmen können. Und man auch wiederum nur begrenzte Möglichkeiten hat in der Online-Lehre. Aber auf der anderen Seite würde ich auch nochmal ganz gerne betonen, dass es natürlich auch wieder Chancen gibt. In einem Kurs haben wir zum Beispiel mit der LMU München zusammen durchgeführt und ein Kurs zwischen Berlin und München wäre ja nicht so einfach durchzuführen, wenn man das in Präsenz macht. Dadurch, dass das Soziale fehlt und dass die Lehre insgesamt fehlt als soziales Konstrukt, wenn man es möchte, wird vieles einfach nicht mehr auf dieser Basis vermittelt. Vieles wird auf der Basis von Literatur vermittelt und vielleicht ist das für sogenannte visuelle Lerntypen ein Erfolg quasi. Aber für mich persönlich als jemand, der schon das Soziale bevorzugt und der sehr viel durch Situationen lernt, ist das tatsächlich schon ein Nachteil. Ich finde positiv, dass man, auch wenn das eine riesen Herausforderung ist, sich selber einteilen kann, wann man was anschaut und wann man welche Vorlesungen nachbereitet. Und die Wertschätzung dafür, was man vorher alles hatte und wie schön das Uni-Leben sein kann und wie sehr man sich darauf freut, wenn es dann wieder so ist. Ich hatte den Eindruck, dass relativ viel versucht wurde und auch versucht wurde, mit den Studierenden zusammen zu machen und dass man sich, dass man vielleicht auch Fehler schneller verziehen hat, die natürlich während eines solchen Prozesses passieren. Allgemein so dieses Feld, wenn man mal einen Gast zu einer Vorlesung einlädt, dass es vielleicht gar nicht mehr so eine große Hürde ist, sondern relativ einfach zu machen ist, weil man einfach die Möglichkeit hat, über Webex, über Zoom, über andere Portale jemanden von überall aus der Welt dazu zu schalten. Für mich persönlich habe ich gelernt, dass ich doch irgendwie diszipliniert bin und dass ich auch disziplinierter sein muss im Corona-Semester, da ich mich einlaugen muss und da ich aber auch selbstständig lernen muss. Abgesehen davon habe ich auch das Gefühl, dass viele Universitäten dazu gezwungen wurden, mal endlich digitaler zu denken. 1 1 2 3 4 5 5 6 5 6 7